Aliens, Selbstmord, irgendwelche crazy magischen Kräfte, Gedächtnisverlust. Es gibt viele Arten und Weisen, auf die Autorinnen und Autoren ein Buchreihen ruiniert haben. Heute möchte ich euch fünf, eigentlich sechs, vorstellen, bei denen ich mir denke, so, okay, liebe Autorin, lieber Autor, warum bestrafst du deine Leserschaft mit diesem Ende? Kleine Vorwarnung an dieser Stelle, da ich über das Ende der Buchreihen sprechen werde, werde ich natürlich spoilern. Ich werde wahrscheinlich verraten, wie genau das Ende aussieht und warum zur Hölle mich das so gestört hat. Falls ihr das also nicht wissen wollt, würde ich euch empfehlen, unten in die Infobox zu gucken, ab welcher Stelle welches Video losgeht, also welches Buch, damit ihr manche Reihen noch selber zu Ende genießen und euch selbst aufregen könnt. Das erste Ende, von dem ich mich gefragt habe, was bitte schulden soll das, war The Wild Beyond von Pierre Staudet. Das ist eigentlich eine ganz, ganz fantastische Reihe, die ihr vielleicht aus dem letzten Video kennt, fünf Bücher über mehr Umweltschutz oder viel mehr Umweltschutz. Aber in dieser Buchreihe geht es um eine Seuche, die von einem Lebensmittelsubstitutkonzern herbeigeführt wurde, um Tiere auszurotten. Und naja, am Ende der Reihe stellt der Junge jedenfalls fest, dass es doch noch so eine Insel gibt, auf der es irgendwelche Tiere gibt und auch noch Pflanzen und alles wunderbarstens. Aber dann steht die große Apokalypse bevor und dass dann ein Teil der Menschheit, Tiere, Pflanzen und so weiter gerettet werden kann, passiert, indem sie in ein Raumschiff steigen und einfach auf einen anderen Planeten fliehen. Und, naja, die Erde ist dann schon ziemlich zerstört und ich denke mir so, warum zur Hölle? Warum? Ich meine, die ganze Reihe ist relativ logisch. Und es ist nachvollziehbar, wie das alles entstanden ist, wie das auch passieren könnte und alles. Und dann beendet der Autor die Reihe mit einem Raumschiff. Ich habe mich ehrlich gesagt, als ich dieses Ende gelesen habe, dezent verarscht gefühlt. Und das hat sich allerdings auch meine Schwester gedacht, die diese Reihe auch gelesen hat. Und wir haben uns gefragt, so, wieso? Wie kommt man auf die Idee? Also ja, es ist irgendwie so Science-Fiction-Dystopie irgendwas, aber ein Raumschiff? Im Ernst? Es ist dem nichts anderes eingefallen? Das ist nämlich so der Eindruck, der dadurch entsteht und das ist wirklich sehr enttäuschend. Immer noch nicht hinweg bin ich auch über das Ende von Die Tribute von Panem. Wer die Reihe gelesen hat oder die Filme gesehen hat, in diesem Fall ist das eine gleich, weiß, wie diese Bücher ausgehen. Und ich habe mir nur so gedacht, ist das dein Gottverdannter Ernst, Susanne Collins? So, falls ihr euch jetzt fragt, okay, was genau ist denn jetzt dein Problem? Also, das Buch endet ja damit, dass Katniss dafür stimmt im Namen von Prim, für die sie ja am Anfang in die Hungerspiele gegangen ist, damit ihre kleine Schwester nicht in die Hungerspiele muss, noch einmal Hungerspiele abzuhalten, in denen dann die Kinder von Kapitolbewohnern gegeneinander kämpfen müssen. Also genauso unschuldige Kinder, wie ihre Schwester das auch war. Und um den Tod ihrer Schwester zu rächen durch das Kapitol, sollen dann die Kinder aus dem Kapitol in diese Hungerspiele ziehen. Äh, what the fuck? Das ergibt einfach überhaupt keinen Sinn. Meiner Meinung nach ist das ein total abstruses Ende und es hat mich so enttäuscht. Es hat mich so enttäuscht und ich bin bis heute offensichtlich nicht darüber hinweg, dass Susanne Collins sich für dieses Ende entschieden hat, weil ich mir dachte, nein, das ist überhaupt nicht das, was irgendwie logisch ist. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass das die Entscheidung wäre, die Katniss so treffen würde. Ich meine natürlich, ich bin nicht die Autorin und wer bin ich die Autorin zu kritisieren. Aber dieses Ende fand ich einfach ultra, ultra enttäuschend, weil ich fand, dass es eine viel zu inhumane Entscheidung war, die einfach allem widerspricht, wofür Katniss die drei Bücher davor gekämpft hat. Und das ist dann schon wirklich ziemlich bitter. Moralisch nicht ganz so verfehlt, aber trotzdem als lesender Mensch extremst frustrierend, fand ich auch das Ende von Ein Meer aus Tinte und Gold. Also die Schlacht um Wörter und Blut. Die ganze Reihe über gibt es diese Prophezeiung, dass der Junge am Ende stirbt, also Archer, und dass er alleine sterben wird. Und naja, so ab der Hälfte spätestens vom dritten Buch spitzt sich halt immer mehr zu, dass genau das passieren wird. Und, oh mein Gott, am Ende passiert genau das. Und man erfährt auch noch, dass die Figuren in diesem Buch eigentlich nur Figuren in einem Buch sind. So ein bisschen wie bei Tintenherz. Und ich denke mir so, was ist das für ein bescheuertes Konzept? Also, sorry, aber niemand will ein Buch lesen, in dem es die ganze Zeit heißt, oh, du wirst sterben und das ist unvermeidlich und überhaupt. Ich meine, die klassische Heldengeschichte wäre doch dann, aber am Ende schaffen sie es dem Schicksal ein Schnippchen zu schlagen, selbstbestimmt zu sein, frei zu sein und zu überleben. Das ist aber nicht das, was dieses Buch tut. Dieses Buch denkt sich, du bist dazu vorher bestimmt zu sterben. Oh, und weißt du was? Du stirbst auch. Und ich denke mir so, warum? Warum? Also, das fand ich wirklich, wirklich grauenhaft, um es mal so auszudrücken, weil ich mir so sehr ein anderes Ende gewünscht habe. Natürlich könnte man das jetzt auch so voll philosophisch interpretieren, im Sinne von, wir können unserem Schicksal nicht entfliehen und wir sind alle nur die Figur in einem Buch. Das, finde ich, macht aber irgendwie nicht so eine gute Stimmung, sorgt eher dafür, dass man vielleicht den Sinn des eigenen Lebens anzweifelt und sich denkt, okay, egal was für eine Entscheidung ich treffe, wenn ich wirklich vom Schicksal vorherbestimmt bin, kann ich dann überhaupt was ändern? Bin ich dann überhaupt frei? Und so eine extrem deterministische Einstellung ist irgendwie, sagen wir mal, nichts, was ich für mich persönlich gut heißen kann, einfach weil ich dann das Gefühl habe, dass das sowieso keinen Unterschied macht, was ich mit meinem Leben anstelle. Und dann ist die Frage, wozu bin ich dann überhaupt auf diesem Planeten? Und das ist eine Frage, ich glaube, mit der möchte sich die Menschheit einfach nicht beschäftigen. Ich glaube, das ist für unsere armen kleinen Gehirne einfach zu bitter, wenn wir einsehen müssten, dass wir völlig irrelevant sind für den Lauf der Geschichte. Ja, weiter geht es dann mit Legend von Mary Lou. Eine Trilogie, die ich eigentlich unheimlich cool fand, unheimlich starke Figuren, hat mir super gut gefallen. Aber das Ding ist, dass sich dann ja eine von denen, die so quasi immer vom System profitiert haben und einer, der vom System quasi aussortiert wurde, obwohl er rein hypothetisch dieselben Chancen hätte haben müssen, weil er genauso clever und alles war bei diesen Aufnahmetests, wie eben die Protagonistin, jedenfalls die beiden verlieben sich ineinander und das Buch endet dann damit, dass sie ihr Gedächtnis verliert und die beiden sich ein zweites Mal zum ersten Mal kennenlernen. Und das Buch endet dann wirklich so mit, Hi, ich bin June. Hi, ich bin Day. Und ich denke mir so, das ist jetzt nicht dein Ernst. Also ich meine, alle Probleme, die man hat, dann quasi auszuradieren und zu sagen, okay, wir fangen einfach nochmal komplett von vorne an. Und zwar so weit von vorne, dass ihr euch noch nicht mal kennt. Und ist ein unheimlich ätzendes Ende, wenn ihr mich fragt. Das mag funktionieren, wenn das irgendwo in der Mitte des Buches auftaucht und dadurch dann noch irgendeine super mega fancy Wendung herbeigeführt wird. Wenn es aber dazu führt, dass einfach nur man das geführt, okay, so richtig einen Unterschied gemacht hat das jetzt alles nicht. Dann fragt man sich doch, wozu hat man diese Trilogie gelesen? Wozu wurde die geschrieben? Und was möchte die Autorin einem damit sagen? Also ich meine, es ist jetzt auch schon eine Weile her, dass ich diese Bücher gelesen habe. Deswegen kann ich jetzt nicht zu einer wunderbar, weitergeholten Interpretation ansetzen. Aber warum? Warum? Das war wirklich, wirklich bitter. So, und dann gab es noch zwei Bücher. Ich habe ja gesagt, es sind fünf, eigentlich sechs. Ich konnte mich nicht entscheiden, was mich mehr geärgert hat, welches Ende. Deswegen werde ich sie euch beide zeigen. Nämlich zum einen das Bernstein-Teleskop, also der dritte Band von der Golden Compass und Allegiant, der dritte Band von Die Bestimmung. Wieso, weshalb, warum haben mich diese Enten aufgeregt oder frustriert, verärgert oder sonstiges? Also, das ist eigentlich relativ schnell erklärt. In Allegiant endet das Buch eigentlich damit, also es geht ja noch ein bisschen weiter, aber wie auch immer, dass Triss stirbt. Sie opfert sich selbst. Und, naja, das ist halt schon irgendwie so ein bisschen Kacke, weil am Anfang denkt sie sich so, okay, ich passe gar nicht in dieses System, das ist ja für blöd. Dann entdeckt sie, hm, dieses System ist künstlich geschafft und eigentlich ist dieses System überhaupt nicht gut und wir sollten schon längst über das Stadium hinaus sein, in dem wir noch in diesem System leben. Aber ein paar machthungrige Menschen erhalten das immer noch. Hm, smash this system! Und so weiter und so weiter. Gelingt dann auch alles wunderbar, aber sie opfert sich dann selber und stirbt so einen richtig sinnlosen Tod. Ich glaube, durch irgendein Gas oder so. Die Tage habe ich erstmal rausgefunden, dass der Film anscheinend völlig anders ausgeht und sie nicht stirbt, was ja irgendwie mega weird ist. Aber naja. Und, ja, also das ist halt einfach so, so, so schade, dass sie halt dann einfach so stirbt und überhaupt nichts davon hat, dass sie das System dann verändert hat. Also ich meine, klar, das ist der klassische Märtyrer-Tod, aber das hat mich, als ich es gelesen habe, wirklich, wirklich, wirklich nicht begeistert, als ich das gelesen habe. Und ich dachte mir so, warum musste das jetzt so enden? Warum konnte Triss nicht weiterleben? Und das war so ein... Irgendwie war das ja jetzt voll klar, dass das passiert, Ende. Von dem ich mir auch so dachte, das ist jetzt schon so ein bisschen unnötig. Naja. Das hätte man nämlich bestimmt auch irgendwie ganz schick anders lösen können. Finde ich jedenfalls. Und bei das Bernstein-Teleskop hat mich das Ende, naja, eigentlich tatsächlich gar nicht so sehr aufgeregt, als dass es mich einfach nur zutiefst traurig gemacht hat. Also für alle, die über Band 1 nie hinausgekommen sind, weil Band 2 und 3 nicht verfilmt wurden. Also Lyra landet ja irgendwann nochmal in so einer Parallelwelt und verliebt sich in einen Jungen aus dieser Welt. Aber das Ding ist, dass man in der Welt eines anderen, also, oder in einer anderen Welt besser gesagt, nicht ewig lange leben kann. Vor allem, weil die Dämonen ja auf andere Art und Weise erscheinen. Und naja, also müssen die beiden in ihrer Welt bleiben. Und das Ding ist, da sie beschließen, okay, das zerstört voll das Gleichgewicht zwischen den Welten, schließen sie auch alle Fenster zwischen den Welten und sehen sich quasi nie wieder. Und also es gibt mir ein bisschen Hoffnung, dass es jetzt ein Sequel geben wird, also eine Art Band 4. Und ich bin mega gespannt, wie das wird. Aber das ist dann halt einfach so, dass die Reihe damit endet, dass die, keine Ahnung, 20 Jahre später immer noch darüber traurig sind, dass sie sich jetzt ewig nicht gesehen haben. Und sie sich einfach nicht gesehen haben. Und man erfährt dann auch so, was die Gestalt von Lyra's Dämon sein wird und wie sie dann halt einfach so erwachsen ist, während sie das ganze Buch eben halt doch irgendwie ein Kind oder zumindest eine Jugendliche war. Und dieses, dass man dann diesen Blick in die Zukunft hat, hat mich unheimlich frustriert. Das hat mich sehr traurig gemacht. Und ich fand es halt mega, mega, mega schade, dass das dann so geendet hat. Und falls ich mich jetzt völlig falsch erinnert habe, korrigiert mich bitte. Aber dieses, der Blick in die Zukunft zerstört, meiner Meinung nach, ein richtig schönes Ende, das ist mir tatsächlich auch bei Harry Potter so entgangen. Ich muss sagen, dass ich diese 20 Jahre danach, Sache oder 19 Jahre, wie auch immer, Szene nicht mag. Ich finde die ganz schrecklich. Und ich finde, das zerstört das irgendwie total. Und ich hätte es viel besser gefunden, wenn es die nicht gäbe. Also klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber für mich hat das irgendwie so was draufgesetzt, dass irgendwas besser gewesen wäre, wenn es nicht da gewesen wäre. So sehe ich das zumindest, ja. Und ihr merkt, es gibt einige Reihen, von denen ich mir so denke, hm, das hätte man jetzt anders umsetzen können. Und warum wurde das jetzt so gemacht? Warum? Warum? Aber was will man machen? Letztlich müssen wir damit leben, dass die Autoren und Autorinnen beschlossen haben, dass diese Enten jetzt so sind. Und so können wir uns nur gegenseitig Halt geben in unserer inneren Verzweiflung über diese Enten. Ja, das waren jetzt so die Buchreihen, die mir einfallen, die besonders grauenhafte Enten haben, wenn man diese Bücher liest und liebt. Ihr könnt mir aber gerne in den Kommentaren verraten, was euch noch so für Bücher einfallen, von denen ihr euch ein anderes Ende gewünscht habt. Falls ihr übrigens findet, dass ich da total falsch liege mit meiner Einschätzung und dass diese Enten doch total gut passen, so wie Faust aufs Auge, dann lasst mich das unbedingt wissen. Ich habe so Lust, mit euch zu diskutieren, weil mir das einfach immer Spaß macht. Ansonsten hoffe ich, hat euch dieses Video gefallen, dass ihr bis hierhin überhaupt dran geblieben seid und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!